Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Harvest Moon DS. Mein Name ist Scoopcake und Leute, wir haben kein Geld für eine Küche. Wir haben in der letzten Folge das Angebot erhalten für eine neue Küche. Und ja, wir haben leider in der letzten Folge alles ausgegeben für dieses Liebesarmband, nenne ich es einfach mal, was wir bekommen haben. Oh, Entschuldigung, bei den Erntewichteln, aber wo ich gerade sehe, meine ganze Ernte ist ja fertig. Das könnte bedeuten, dass wir heute dann doch noch uns die Küche holen können. Guck mal, die Karotten sind auch fertig, das ist super. Trotzdem, ein bisschen ungünstig. Hoffen wir das Beste, dass wir das heute schaffen. So, meine Erntewichtel sind wieder da zum Gießen. Oh, hoppla, ich habe die Karotte geschlagen. Nennen Sie nicht die Karotten schlagen, das ist nicht gut. So, okay. Hallo, Wichtel. Wollt ihr, pass auf, ich glaube, ihr mochtet nicht auch Currypulver? Das mochtet ihr doch sehr gerne. Oh. Okay, das mag er nicht. Wie wäre es mit, ähm, mit, äh, 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 ich weiß nicht. Keine Ahnung, kriegst du nicht. Mag er Unkraut? Och, Jack, das mag ich überhaupt nicht. Ich hatte gehofft, du wüsstest das doch. Ach Gott, stell dich so an. Die kann man auch echt nicht glücklich machen, ne? Man muss es hier allen recht machen. Wo soll ich denn wissen, was du wieder brauchst und der nicht? Die sieht alle gleich aus. Ha. Kann auch keiner ahnen. So. Hühner. Bock. Da, 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 da. Das mit der Küche nervt mich jetzt. Ich will die Küche jetzt sofort haben. Ich möchte kochen. So. Flop, flop. Wie viel Geld habe ich denn überhaupt? So allgemein. Vier. Ich habe gar nichts. Da kann ich nicht ein, nicht ein, nichts. Ich habe gar nichts. Juhu. Aber wie gesagt, das war ja wichtig. Das war wichtig, Leute. Pass auf, jetzt finde ich hier noch ganz viel Kram. Den kann ich auch noch abgeben. Ich weiß es. Und dann, äh, alles schnicky. Wird alles schnicky. Aber 4000 werden es heute wahrscheinlich trotzdem nicht. Ich sei denn, da habe ich jetzt noch voll die, die Glanz und Gloria Idee. So. Gucken wir mal, der Tag ist ja noch jung. Gucken wir mal, hier liegt auch ein bisschen was rum. Ähm. So. Hier haben wir auch nochmal ein kleines Fältchen. Mit nichts. Sehr schön. Ah, hier. Dicke Pilze. Okay. Aber hier, da, auch noch ein bisschen was. Sehr gut. Gucken wir mal, das arbeitet uns alles entgegen. Das ist auch irgendwie eine Strecke, die man hier laufen muss. So. Oh nein, nicht zu viel hüpfen, Nancy. Nicht zu viel hüpfen. So. Müssen wir gleich mal hoch zu Flora. Jetzt habe ich ja das Armband. Endlich. Das ist eigentlich das Beste. Ich habe jetzt überhaupt nicht so richtig, äh, ob mir Flora das irgendwie, ob mir das bringt oder nicht oder pengt. Oh, hier, guck mal, hier ist saftig. So. So. Was ich aber gelesen habe, ist, es gibt ja noch ein Mädel. Was habe ich noch gar nicht angeguckt? Also, wenn man sich mit dem, mit dem Typen befreundet, dem die Bar gehört. Ich habe seinen Namen leider vergessen. Ähm. Der hat eine Meerjungfrau in der, in, 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 in seinem Keller. Die könnten wir auch heiraten. Die wohnt bei uns im, im Tümpel. Das finde ich ja ziemlich cool. Also, so nicht, dass wir jetzt, dass wir da so eine Meerjungfrau im Tümpel haben, sondern so allgemein, dass es überhaupt geht. Das ist schon nett, finde ich. Also, keine Ahnung. Das ist schon nett. Wieso habe ich eigentlich mein Teleport-Ding an? So. Äh, worauf warte ich denn hier? Nein, nicht die Blume schlachten. So. Ich wollte hier nochmal kurz gucken. Die Ernte-Wichtel haben jetzt halt hart gearbeitet. Ja, ja. Okay, ich kann auch keine neuen... Ich wollte hier nochmal gucken, ob es jetzt vielleicht ginge. Jetzt, wo die anderen, äh, da sind. Aber gut. Äh, gehen wir zur Flora rüber. Darf ich nicht vergessen abzugeben, das Essen noch hier. So. Die ist gar nicht da. Jetzt ist die nicht da. Na gut, dann geben wir erst das Essen ab, Leute. Safety first. So. Also, was haben wir denn da? Hier haben wir irgendwelche Unkraut. Das ist kein Essen. Aber wir haben ein paar Gräser, die darf man auch nicht essen. Also eigentlich habe ich gar nichts zum Essen. Doch ein paar Pilze. Ein paar habe ich noch hier. Ähm, da sind noch welche. Ein paar Karotten. Ich wirf das auch mal mit weg. Hier, behalte das. Nimm. Nimm ihn weg. Äh, hier ein paar Auberginen habe ich noch. Da ist auch noch eine. Aber die guten Eier, die guten Süßkartoffeln. Ne? Ach, mir Unkraut, wie viel Unkraut ich gesammelt habe. Unbelievable. Sehr schön. Gut. So, ah, Flora. Wo guckelt die denn rum? Bist du hier? Da ist auch keiner. Flora ist einfach nicht da. Huch. Flora. Mein Sonnenschein. Ich dachte, wie in der Bar war. Ach, dieses Dienstag ist die nächste da am Dienstag. Das war das. Und ihm wollten wir uns noch anfreunden. Fragt mich, was der Marc was mit ihm schenken kann. Freundschaft 1. Mag der wohl Unkraut? Wahrscheinlich nicht. Oh je. Noch ein Erinnerung, den ich loswerden muss. Das Ding ist wirklich hässlich. Oh je. Und schon wieder. Ach, wie könnte ich denn? Was habe ich hier noch auf Tasche? Vielleicht mag er auch Currypulver. Vielen Dank. Äh, nein. Das hat leider nichts gebracht. Hm. Na gut. Tja. Mit Griffin werden wir heute nicht mehr warm. La la la. La la la. La la la. Achso. Achso, hier wollte ich eigentlich nochmal gucken. Hier war ich, hier war ich glaube ich schon. Wie ging es denn noch weiter? Ich brauche meine Karte. Ich brauche meine Karte. Kopie ist übrigens... Achso. Das habe ich gar nicht angelegt. Jetzt das Ding. Wo ist denn mein, äh... Wo ist denn mein schönes Teleportband? Da ist es. Hier kommt die Quelle hin. Hier kommt die Quelle hin. Und die wollen wir nicht freischalten. Das ist der Grund, warum wir das alles gerade mit Flora machen. Oh. Und dann ist sie nicht mehr da. Na gut. Und dann ist hier auch nur, nur, nur Gerümpel. Achso, wie Gerümpel. Wie viel Geld habe ich denn gekriegt? Oh, okay. Ich kann jetzt diese Ansicht hier mal wegmachen. Wieder. Ach, da stand das bei. Äh. Oh, 11.000. Küche, Küche. Ahoi. Hoffentlich sind die noch da jetzt. Vielen Dank für den Anruf. Das Item Küche kostet 4.000. Möchtest du es kaufen? Ja. Vielen Dank für den Anruf. Wir liefern zwei bis drei Tagen. Warte bitte so lange. Oh Gott, wir kriegen eine Küche, Leute. Eine Küche. Oh, das wird super. Mit Küche wird alles gut, Leute. Ich bin mir, ich bin da sehr, sehr sicher. Flora. Ist immer noch nicht da. Jetzt sitzt sie unten. Da ist sie auch nicht. Wo ist die denn? Ist die Dienstag an Tour? Das ist ein Luder. Pass auf, dann nutzen wir die Zeit noch kurz und gehen in eine Runde angeln. Angeln, 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 angeln. Da. Einfach gar nicht um das Angelens willen, sondern damit wir unser Werkzeug aufferten. Das müssen wir ja tun. Da fühlt kein Weg dran vorbei. Selbst wenn wir den Erntewichtel später haben, die das für uns machen. Oh, ein Fisch. Ein Darter. Was ist denn ein Darter? Also ich meine, es ist ein Fisch. Ja, aber es ist, was ist ein Darter? Was ist hier so unheimlich hier? Ja, komm schon. Oh, noch ein Darter. Oh, ich darte hier richtig ab, Leute. Hier wirklich hat er abgedartet. Einen noch, das ist aber Schluss. Einen will ich noch. Und keiner beißt mehr an. Ja, komm schon. Komm schon, kleiner Darter. Schade. Ich will noch einen Fisch haben. Ja, eine mehr Forelle. So, jetzt gucken wir mal kurz, ob die jetzt da sind. Da ist sie. Flora, wenn hast du dich hochgeschmult. Es ist nicht einfach, an einem Zelt zu leben. Ich habe mich aber daran gewöhnt. Ja, du kannst doch einfach ausziehen. Du musst doch hier nicht wohnen. Das mag ich, weißt du. Ich frage mich gerade bei Zudenken, brauche ich da? Und das macht 300, okay? Ist die Frage, was ich da brauche. Oder ich müsste ihr noch mal andere Items holen. Ich weiß jetzt allerdings nicht, was Flora noch so gerne mag. Das ist ein Problem. Gut, gehen wir erst mal schlafen. Ach so, ich habe hier den Armreifer an. Ich habe hier den guten Armreifer an. War doch richtig. So, da müssen wir hin. So, up in spade. Ich wollte gerade mal kurz gucken. Wie viel Uhr ist es? Wie viel Uhr ist es? Welcher ist heute? Heute ist der 14. Das wollte ich heute irgendwas nehmen. Am 1. Am 21. Das ist Schafsfest. Okay, da machen wir nicht mit. Gut. Ich hätte gehofft, dass die Küche so schön, so instant einfach da ist. Ach. Keine Küche. Nein. Die Frage ist ja, was Flora noch gerne mag. Außer Currypulver. Und ob ich ihr verschiedene Sachen am Tag geben kann, die die Zuneigung erhöhen. Currypulver macht ja einmalig 300. Oder ob ich mir einfach nur einmal am Tag was geben kann. Das ist jetzt die Frage. So, die Sachen sind auf jeden Fall wieder fertig hier. Sehr schön. Hallo Hund. Hallo Hine. So. Ich mache jetzt hier ganz schnell, weil ich die Küche haben will. Und wir hier alles im Schnellverfahren. So. Warte mal. Ich muss mal kurz hier meine Liste aufmachen. Was mögen denn Mädchen? Ich muss mal kurz gucken. Also. Wie heißt sie? Flora. Flora. Was mag Flora? Flora. Äh. Äh. Er hat mal. Jeden Tag Curryreis. Aha. Ich bin unsicher. Hm. Hm. Ich bin unsicher. Tja. Hm. Irgendwie so richtig. Also Curryreis könnten wir dann machen, wenn wir jetzt endlich, äh. Wenn wir jetzt die Küche haben. Dann könnten wir auch Curryreis machen. Das wäre natürlich edel. Nicht wahr? Also so eine richtig schöne Liste von wegen hier das, das, das. Da gab es mal wunderschöne Seiten. Die sind da jetzt mittlerweile alle offline, weil auch das Spiel einfach inzwischen, naja, sehr alt geworden ist, ne? Ist ja jetzt auch schon, schon eine Zeit lang draußen. Nein. Ich habe, ich habe, ich habe geangelt. Ich habe, ich habe den Pilz geangelt. Flora. Ähm. Äh. Oh, ich habe es halbes gegessen. Mist. So ein Shit. Das habe ich auch kein Geteilt mehr. Oh. Das muss ich wieder hier in meinem Schrank machen. Aus Gründen. So. Hm. Deh, 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 deh. Ich schaue gerade nochmal. Ich gucke gerade, ich nehme an dieser Liste und ich finde gerade irgendwie nicht so richtig. Ich weiß sie gerne. Ah. Tja. Moment, sie findet ihr. Das ist nett. Was schicke ich ihr denn nur? Tja. Hm. Na gut. Müssen wir erstmal so lassen. Egal. Scheiß drauf, Flora. Scheiß drauf. Das machen die. Die habe ich jetzt schon. Ich wollte gerade sagen, habe ich die Hühner schon gegossen. Habe ich. Ich werde mal was abgeben hier. Ein paar Sachen auf Tasche. Ein paar Paprikanten. Ein paar Viecher. So. Äh. So ein rotes Kraut hier. noch einen Pilz habe ich hier. Ich glaube, das war es auch schon. Ja. Das war es. Ja. Wenn ich jedes Mal einmal alles durchklicke. Kann man mal machen. So. Gut Tag. Stimmt irgendwas nicht. Jetzt habe ich schon. Guck mal. Jetzt habe ich schon 900. Äh, 9000. Wolltest du einem Graben helfen? Nee. Ich will dir was geben. Guck mal, Flora. Sehr schön. So. Gut. Jetzt sollte ich noch irgendwie. Wann kommt das? Angeblich zwischen 10. Nee. Zwischen 11 und. Und 14, 16 Uhr. Ist die da an diesem. Angeblich noch an der Brücke irgendwie einmal. Um dieses Herz, sie wird auszulösen. Mal gucken. Ich weiß ja nicht, ab wann das stattfindet. Ähm. Warte. Die Küche haben wir uns gekauft. Dann können wir wieder Zeit. Während wir dann noch mal kurz warten. Nicht, weil wir mal schauen, ob da schon irgendwas funktioniert. Mal kurz ein paar Sachen sammeln gehen. Wieso? Achso. Ich liege hier rum. Weil ich rumliege. Kann ich mich nicht teleportieren. Im Schlaf ist das nicht möglich. Keine Teleportation. Teleportation. Kein Teleport im Schlaf. So. Oh Gott. So viel Gerimpel hier. Na 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 na. So. Da oben kann ich nochmal kurz schauen. Aber hier war immer nur so richtig viel Unkraut, ne? Hier wächst immer gar nichts. Hier auch nicht lame. Oh, hier, mal ein guter Pilz. Nehmen wir mit. Ups. So. Verschlossen. Wieso? Warum ist es verschlossen? Was bildet ihr euch ein? Was? Wie könnt ihr es wagen? Ähm. Wo ist denn hier meine, meine Axt da? Uah. Uah. So, könnt ihr jetzt bitte hier den Laden aufmachen, oder was? Ist das mit was echt zu, das Ding? Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Hm. Hm. Ist das wohl so? Dann ist das wohl. Dann ist ja mittwochs einfach zu. Oder sie machen erst am Nachmittag auf. Gehen am 16 Uhr nochmal hin. So. Das Blümchen nehmen wir auch noch. Okay. Hier ist sonst nichts Aufregendes. Hallo. Der hat es von einer geheimen vollen Kraft erfüllt. Ja. Ich bin ganz deiner Meinung. Ich bin ganz deiner Meinung. Ach. Pah. Ich lege wie jetzt ins Bett. Ich will meine Küche haben. Ich bin bereit. Gib meine Küche. Bitte. Ja. Oder? Hey Jack. Die Vernehmung ist schon in der Küche angekommen. Damit kannst du jetzt kochen. Das ist eine gute Anschaffung. Ja. Ich weiß. Ich weiß. Oh. Eine Küche. Leute. Eine Küche. Aufsübsch. Kochen. Was koche ich denn jetzt mal? Habe ich hier irgendwie Rezepte oder sowas? Kann ich hier Rezept lesen? Ich habe doch keine Rezepte. Das ist nicht schlecht. Ja. Aber Leute. Das machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Jetzt haben wir unsere Küche. Ja. Und dann wird nächste Woche richtig gekocht. Nächste Woche. Nächste Folge. Boah. Das wird herrlich. Oh. Endlich. Guckt es euch an. Sie ist so wunderschön. Gute Lieben. Darf ich sagen. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Habt noch einen wunderschönen Tag. Lasst ein Abo da. Klickt das Glöckchen an. Ja. Das wäre super. Und dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.